Musik Was geht ab Freunde, Sascha von SkillgamingTVs Video und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Mario Balotellis zweite Chance in der letzten Folge hat Mario Balotelli drei Tore für uns geschossen somit drei neue Spieler zu einem ist es der linke ZM Marco Ferrati von Paris ist noch nicht schon mal. 600 Mützen hat er mir gekostet. 80 passen ist sein bester Wert auf der Karte. In der Mitte spielt Pauli von Arzio Meilen auch sehr gute Offensivwerte und der letzte ZM ist Marco Parolo von Lazio rum. Sehr guter Roundwerte hat nur 400 Mützen gekostet und dafür richtig starke Werte. Mario Badritali hat in 13 Spielen 23 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Ich habe ihn auch noch in einem anderen Team wir haben ja glaube ich noch nicht 13 Spiele gemacht glaube ich, aber so 10 bestimmt. Also der geht richtig ab bei mir. Der Gegner für diese Episode hat 74 Bewertungen 100 Chemie und ein Team von Marokkanern aus Marokkanern zum Beispiel Tarab kenne ich da als Stürmer denn der linke ZM ist Busufa und ZM ist glaube ich Labiat und Stürmer El Arabi bin ich mir aber nicht ganz so sicher. El Arabi müsste es eigentlich sein. Aber naja, wir springen rein in die erste Szene. Wir spielen auswärts und die erste Szene für uns hat gleich mal am Anfang Parolo hier unser rechter Zettel und unser Neuzugang spielt auf Berardi. Schöner Doppelpass von Berardi und Balotelli bei Berardi mit dem Schuss, aber der geht doch etwas über die Querlatte. 31. Spielminute sind wir schon. Da kommt Berardi. Er wird einfach nicht angegriffen, kann rüberlaufen, jetzt zieht er nach innen schließt ab, aber der Ball geht wieder am Kasten vorbei. Jetzt kurz vor der Halbzeit kommen wir nochmal über Mario Balotelli. Noch nicht so viel zu sehen für ihn. Jetzt kann man hier mal sehen, was für eine Technik der Mann hat, wie schnell der ist, was für einen Schuss er hat, aber starke Parade von seinem Keeper. Aber wir kriegen kurz vor der Halbzeit noch ein Eckball. Den werden wir natürlich nicht Balotelli ausführen, das muss ich glaube ich nochmal ändern, sondern Ferrati der kleinste, glaube ich, aus unserem Team. Die Ecke kommt nach innen, aber der Gegner kann die Situation bereinigen. Somit steht das zur Halbzeit 0 zu 0. Wir sind aber klar besser, haben 59% Ballwitz um mehr Schüsse. Also wir müssen eigentlich schon eins zu führen, aber haben die Chancen leider nicht reingemacht. Somit springen wir in die zweite Halbzeit. Der Gegner hat natürlich Anschluss und will gleich einfach mal durchrennen mit El Arabi. Da kommt das Tackling, Ball getroffen ein bisschen, aber auch den Gegenspieler. Also der Freistoß ist schon berechtigt. Bocetti kriegt die gelbe Karte hier. Und ja, die Freistoße in 4 auf 15 sind nicht so schwer zu treten meiner Meinung nach. Deswegen könnte es jetzt die erste große Chance für unseren Gegner werden. Wir gehen nach hinten mit unserem Spieler und da klärt er, ich weiß, ob er reingegangen wäre, gegen Faust oder ins ausgegangen wäre. Aber naja, jedenfalls haben wir die Situation bereinigt. Aber der Gegner kriegt einen Eckball, aber führt ihn richtig schlecht aus. Und dann mit so einem Traumpass leiten wir den Konter an. Mario Balotelli will nach Insel mit dem Schock. Hat damit ein bisschen Glück. Kommt er da vorbei. 50. Spiel Minute 1 zu 0 0 zu 1 In der 51. Minute Mario Balotelli eiskalt ausgekontert. Unseren Gegner würde ich mal sagen. Haben wir hier Glück und dann schließt er eiskalt ab mit dem Ausriss. Keine Chance für sein Keeper. 51. Spiel Minute. Erstes Tor von Mario Balotelli und keine drei Minuten später kommt hier ein Traumpass von Burini auf Berardi. War das glaube ich und was für ein geiles Tor von Berardi. Super angenommen. Super mitgenommen. Und dann eiskalt mit einem Lüpfer über ihn rüber. Über den Keeper von ihm rüber. Ich weiß nicht, wer diesen geilen Pass geschlagen hat. Kann auch Chris Kito gewesen sein oder Burini. Weiß ich nicht mehr. Und dann eiskalt gelupft. Richtig schön gemacht von Berardi. Jetzt kommt unser Gegner in der 83. Minute nochmal mit seiner ersten Riesenchance über Amrabat. Der haut ihn an die Latte. Nachschuss oder Nachkopfball. Aber den haut er auch nicht rein. Der geht über die Quirlatte. Aber der Gegner will hier noch einen Anschlusstreffer machen. Und den macht er jetzt auch mit einem Rabatt in der 88. Minute. Da kann vielleicht noch gehen. Nein. Hinterher ist nichts mal gekommen. Von unserem Gegner. Somit gewinnen wir die Partie. Verdient würde ich mal sagen mit 2 zu 1. Balotelli hat ein Tor geschossen. Der Gegner hat in der 88. Minute noch den Anschlusstreffer gemacht. Hat aber nichts mehr gebracht. Weil wir danach sicher hinten hinten drin standen und alles geklärt haben. Von seinen Angriffen. Ja wir hatten deutlich mehr Schüsse und mehr Babelsitz. Somit eigentlich gibt es nur ein Upgrade für diese Episode. Aber ich habe gedacht denn sind noch 2 Spiele da. Und wir haben glaube ich in dieser ganzen Staffel hier von Mario Balotelli zweite Chance glaube ich noch kein Spiel verloren. Höchstens 1. Somit habe ich gedacht komm dann holen wir hier gleich mal 2 Non-Ware-Goldspieler. Und zu einem war das der linke Flügel Bonventura. Heißer glaube ich habe ich jetzt nicht genau auf den Namen geachtet. Und unter rechter Flügel wird Florenzi. Eigentlich sind das linke Stürmer aber die gab es nicht. Und ich wollte jetzt nicht extra nochmal umwandeln. Für Burini und Berardi. Zwei sehr starke Silberspieler gewesen. Die konnte ich euch echt empfehlen. Somit sind neu im Team linker Flügel Bonventura und rechter Flügel Florenzi Bonaventura heißt er. Seht ihr jetzt auch nochmal geben. Ich habe eine Vertragskarte weil er garantiert länger als ein Spiel bei uns bleibt. Und dann war es das schon von dieser Episode von der sechsten Episode von Mario Balotellis zweite Chance. 14 Spiele, 24 Tore, 3 Vorlagen. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen und haut rein. Bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. I'm so in has of you. 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 Vielen Dank.